Ich muss jetzt schauen, ob alle schlechter da sind. Ich kenne natürlich die Vorbereitung für den Training. Wie geht's? Was ist los? Ja, alles gut. Wenn man sich das anschaut, da wird es zwei verstanden. Und, äh, die Vorlagen. Ja, aber es ist super. Wir zwei haben echt verdient. Wir haben uns jetzt gewonnen. Und ich hoffe, dass sie es hat und mitnehmen. Und heute noch einen Moment raussetzen. Was war denn dein bestes Ergebnis, den Kitzfühlen? Was ist das für die Ausländer? Ich habe meinen einzigen Doppelwittiger gewonnen. Ich bin wirklich echt stolz. Also, es ist wirklich ein gewisses Blatt. Auch für die 1999 bis da. Du siehst mich wieder angestanden. Jetzt hast du die Reihe. Was steht am Ringsplan? Ich muss ja mal schauen, die haben wir nur schütteln. Aber ich glaube, sie sind schon ziemlich gut. Sie sind Vorbereitung. Es ist ein Schreckpunkt an alles. Wir haben sicher die Punkte recherchiert. Stefan Kuppert, der wird sich jetzt auch mal mit aufwärmen. Wir haben jetzt auch mal mit aufwärmen. Wer bist du? Sophia. Sophia, Olli. Stella. Sophia und Erleger hat die große Ehre heute mit unserem Team Captain. Wir spielen. Wie schaut's aus? Wer macht mehr fertig? Der Wahnsinn. Also hier steht's auf einer Seite gegen den Herrn Hubeck. Haben Sie mit Wünsche, wo ihr euch noch verbessern könnt, z.B. was euch besonders zeigen soll? Ein Aufschlag. Ja. Also beim Aufschlag, Stefan. Das gehört, dass wir noch ein bisschen. Hecht jetzt jetzt euch vor. Auch hier lassen Sie jetzt. Ja. Ich nehme hier noch auf. Ich nehme die Locker. Also beim Aufschlag. Das ist der Wunsch. Das ist der Wunsch. Herrmann, mach's für mich auch warm. Das ist der Wunsch. Bis dahin. Also beim Aufschlag. Das ist der Wunsch. By Elba. Der Wunsch. Bei dem, der ich dann kurz weiß. Das ist die. Das ist die. Das ist die. Das ist die. Was ist die. Und das ist die.